... Wenn die jetzt Energie zugange sind, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen und da vorne wieder abbiegen. Wenn sie zu Wiegen kommen. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen, können sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen. Sie sind nicht nur zum Wiegenbereich. Wenn sie sich schon mal zum Wiegenbereich machen können, können sie sich mit dem